Hallo Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Andi Reupy. Und wir heißen euch willkommen zurück zu Donkey Kong Country. Wir haben gerade Off-Scream in Welt 1 die letzten Bonuslevel geholt. Und auch in Welt 2 bei Stop & Go Station haben wir auch noch eben schnell das Bonuslevel geholt. Jetzt machen wir weiter mit Bad Mühlenstein. Willst du mehr? Ja, weil so heißt es, das hat sich auf Deutsch. Aha. Bonus. Woher soll ich denn? Ich entscheide. Was soll's? Aber K. Aber. Ja. Ich mach mal zurück. Du kannst sie erledigen. Ich glaube sogar. Hier ist Bonuslevel nur ein einziges Mal da. Oh. So. Das ist ein großes Hamsterrad, ne? Hab ich gesehen. Das hat er nicht zum Rad. Ah, ok. Ich nehm' an, ich nehm' das mit. Nicht da. Nicht da. Nicht da rein. 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 Ich hab' dann geschieben. So. Ja, einfach mal mit. So muss schon wichtig sein. Ja. Ja. Na, das ist O. Ja, wir haben statt K. Also haben wir nur ein O-M-G. Ja. Ach Gott. Wo soll man denn da rein kommen? Nein, geht halt. Okay, so. Was müssen wir buchstabieren? Wow. Rare. Ah. Die Macher dieses Spiels. Oh. Und sogar ein Bohnes Spiel wird mir machen. Ich hab' die falsche Tat gedrückt. Das wollte ich nicht. Das kann aber nicht. Ja. Es gibt so, so eine andere Band, wo man einfach so durchgehen kann. Ja. Es ist voll unnötig komplex, ey. Ich wende, sie sind gar nicht da. Ich weiß, wie kannst du gar nichts sehen. Wie müssen wir noch sowas hier kommen, ey? Ich weiß, wie kannst du gar nichts sehen, ey? Das ist voll unnötig komplex, ey? Ah. Ah. Du spielst so tagslos auf deinem englischen Kanal. Ja. Ich glaub' ich passt durch. Das einzige Problem, weil ich bin im Spiel, bis das ich nie weiß, wie ich hin muss, ey? Ich weiß nie, wo du hin musst. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich könnte meine Bosse oder die Gegner oder so, ne? Ich hab' einen Plan, wo ich hin muss. Du hast ein Orientierungsproblem. Anstatt dessen, das ist einfach mal die Dika zu sagen, wo ich hin muss. Du musst jetzt da und da hin. Ich findest selbst raus. Ne? Das ist echt so. Ich hab' so eine blöde Schlange, die mir sagte, hey, geh mal die Leute, die töten. Ich hab' ich gedacht, ja, okay, guck' ich mal in der Katze, ich hab' wahrscheinlich wieder verschlafen, wo ich hin muss. Ich sag' mir einfach nur, geh' und töte die Leute, aber wo die sind, keine Ahnung. Genau. Geil. Ja, warum ist es zurück? Weil ich irgendwie den Eindruck habe, dass wir das, was wir sehen haben. Und zwar... Dann müssen wir diese fetten Kollegen weg, weil ich kann sie nämlich nicht besiegen. Nur du kannst sie besiegen. Weil ich so gut bin, so stark bin. So schlange bin? Ah. Du wusstest, dass das kommt. Du wusstest, du kannst auch Fässer wieder abstellen. Wusstest du das? Nö. Ne? Jetzt zeig ich gleich mal wie. Bäh! Auf! Au! Hör mich mit einem Momsterer schlagen! Mann, tu was dagegen! Boah, wieder am Anfang? Ja, weil wir keinen Checkpoint hatten. Boah, was? Dann sammeln wir nur die Bonuslevel ein. Achso. Pass auf, soll ich ihn nochmal einmal töten? Ja. Das hast du gebraucht, ne? Ja, ich war's klar. Ja, ich war's klar. Ja, ich war's klar. Da ist das O. Da ist das O. Oooo. Oh Gott. Boah. Leil. Was ist denn da mit dir passiert? Ich kann nicht da oben gehen. So kommst du da hin, ey. Boah. Hier kommt Buchstaben nochmal. R. A. RARE. Bestes Entwickler-Team. Bekannt von Conker's Bad Furley. Ja. Oder Banjo-Kazooie. Nein. Conker's Bad Furley. Das ist sehr viel erfolgreich. Hier geht's mit ein betrunkenes Eichhörnchen. Ich weiß nicht, worum es da geht. Hm. Da ist es. Das bringt zwei extra Leben. Aha. Mann, haben wir viel Leben? Das bedeutet sozusagen, grün ist besser als rot. Und blau ist besser als grün. Bei mir gibt's keinen blauen Ballons. Äh, doch, es gibt blauen Ballons. Verdammt. Junge, ich hab dieses Spiel schon sehr oft durchgespielt. Ich auch. Das ist noch gar nicht gespielt. Ja. Let's play's. Das zählt aber nicht. Wieso? Und ob ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern kann? Ich weiß, wer der finale Boss ist. Wer denn? Ein alter Kator. Das weiß ich auch. Creeper. Das ist ein Minecraft-Spiel. Das ist jetzt wieder groß am Kopf. Irgendwie auf YouTube. Keine Ahnung. Irgendwie jeder große YouTuber spielt irgendwie wieder Minecraft aus irgendwas. Ja, keine Ahnung. Eigentlich hab ich mich schon sehr lange aus der Minecraft-Ces zurückgezogen. Weil ich für mich einfach langweilig wurde. Ja. Ich muss noch weiter haben die Leute irgendwie voll immer darüber lustig gemacht für Leute, die Minecraft spielen und jetzt spielen es alle selber irgendwie. Wir haben es geschafft. Wir müssen Fortnite spielen. Ich spiel' kein Fortnite. Das ist der größte Müll aller Zeiten. Nicky's Nuts. Ich wusste, dass es ein Monopoly von Fortnite gibt. Ja doch. Du darfst. Okay. Kann ich auf ihn drauf? Boah. Du musst auf ihn drauf springen. Nachdem er seine Nüsse gespuckt hat. Nüsse. Der hat seine Nüsse nach uns gespuckt. Wie kann das wagen? Äh. Hey. Das war's. Ich hab gern geäußt. Ja. Ich war sehr froh, dass du da warst. Und dann direkt gestorben bist. Da gehen wir direkt in Welt 3. Das Traubental. Da für so eine Riesenbanane, ey. Mhm. Vultureculture. Geierfeier. Wie lange dauern so eine Banane essen? Die wird auch schlecht befreundet. Die wird auch schlecht befreundet. Das war eine Verschwendung, ey. Das sind zwei Affen. Die schaffen dann locker. Dann läuft das überhaupt nicht. K. Die haben unsere Bananen geklaut. Die müssen wir zurückholen, ey. Okay. Der Sterne hat ein Monopol. Über Bananen. Ja. Keine andere Rasse darf das. Okay, sorry. Jetzt müssen wir noch... Wachbuchstabieren wir denn da? Ongo. Ongo sind fünf Buchstaben. Und dann war Kong. Und die Sterne von nur so... Und die Sterne von nur so... Mann, die hast du nix zu tun, oder was? Ne. Und die Sterne von nur so... Alter. Dieser verdammt. Dieser verdammt. Dieser verdammt. Nein. Was? Scheiße. Ich bin runtergefallen. Du darfst. Okay. Ich muss jetzt auch kurz. Also was nochmal holen. Dann mach lieber nochmal. Wo die drei Bananen sind. Muss etwas weitergehen. Boah. Ich wurde von einem Bus getroffen. Letztens... Ah... Da war ich jetzt nicht so... He. Das macht der zweite Teil mit besser weil dann... Dann kann ich nämlich einen Charakter geben... Hmm. Der... Der einen sehr großen Vorteil hat. Ja. Na. Da kann man auch 40. Oder irgendwie so一下s 49. Oder? Da ist dein Lieblingster, der Vogelstrauß. Das ist ein neue Adidas-Commercial. Ey, Adidas-Commercial. Zieh einfach einen Vogelstrauß mit Tojo, dann... Powered by Adidas. Adidas-Power! Wenn selbst dieses Tier so gut aussieht mit diesem Show, dann tust du das auch. Adidas. Komm in and find out. Ich weiß. Du könntest eine Werbung. Darüber bettiv will ich so vermuten... Ich habe noch genug Zeit, ähm... Ist sogar 8, 7, 6 von Rad gang. Da haben wir noch zwei, drei, drei... dann kriegen wir mal geile sieben leben dazu ja wenn sie sind versorgt ja irgendwie schon hat doch mal anwältern ist krass so überleben überleben ist ja ein bisschen das ein paar sein sich wahre genau freude ja ich hätte es gerne machen mein partner wieder aber ich bin sowieso muss kaputt gehabt hat er eine kurs auf den kopf gekriegt das ist jetzt erst beim büro nimmt das ihren mini nekis der katz weg erschlagen das ist cool das tierquillerei was wird die peter dazu sagen normale zyklus des lebens und reist auf des lebens glaube ich meinst du das ist in kipps nicht ich habe da rechts gedrückt machen soll das das wird ein klassiker ist ein klassiker überhaupt nicht klar ich schmeiße ich ganz einfach weg und jetzt schmeißt die weg weg jetzt blieb mich in den zinger rein okay da war es doch an der wendung gewonnen fasst also nicht nur nicht in das russ einspringen müssen wir etwas muss von da oben darauf springen so war weiß dass ich mich erinnert an was was vor zwei jungen passiert ist ich hoffe mal weil sonst ist ein kurzer gedächtnis ja echt eine große herausforderung das ganze dann kann ich sehr gut mich sehr stolz auf dich auf gott hat und als hat extra ist klar und culture haben geschafft treetop town also tut man sie gut verstecken also wir noch nicht genügend extra leben haben ja er war alle brauchen ganz sicher genau einfach die menschen das war ein bodo spiel gewesen und nix jahre und du hund checkpoint dann zurecht ja untergeschossen kommen 10.000 kilo ich war das spiel die ganze zeit wird sich immer gemobbt wird sich gemacht von dem spiel im boss kommt rein mit dreck getroffen uns im zweiten teil wird es besser ich verspreche hier das war die bananen haben dann ist mein bonus überhaupt noch machen ich glaube nicht du machst es aber allein der bonus allein der bananen er hat gemacht kommt er wieder wie metroid runter geschossen okay du erhältst eine weitere chance dieses spiel ist doch nicht ganz so gemeinsam mit dem spiel echt gemacht okay das ist mein gott ich bin nicht gestorben ist gestorben das war nicht schlecht gemacht habe ich niemals zu sagt es in die kommentare das ist so was ich niemals tun das spiel machen müssen man sind wichtig das muss ich das hier alles machen ich will es aber nicht schaffen die grüße zu schaffen vorhin morgen übersteuern sei es war klar ich habe einen der wir geschafft 1 sie sollte oben recht und so geschafft und er will nicht mehr ist ja wenigstens 1 es könnte vielleicht noch ein zweites werden waren glaube ich schon zwei aber dann haben wir die level noch mal neu gemacht und dann hast du geschafft und dann habe ich noch okay den zingern Nuh. 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 You can do it! So. Oh, verständig. Ah, ich verständig. Ich kann das sagen. Nanana. Nanana. Okay, das aber nicht du kleiner Dreckzack. Ja! So geht das. Ja, wie sagt man? Arschlob. Ufa, ich kann Luft. Oh mein Gott, hier sind keine Lichter. Ich kann Luft. Oh, der war knapp. Was ist das? Das ist ein fähig platzierter Bonus Level. Echt? Ja. Das wir sagen, die tun ja voll. Voll mies platzieren. Platzier nicht. Na. Genau. Und dann kommen wir in der Grunde, der durchschwerten unter Hause. warum haben wir unsere mann haben glaube ich habe wir kommen in der midlife kreis ist immer wiederholen wieso aber ein brussel verpasst haben ja gerade ein zweites ding bekommen wir machen noch weiter tempel tempest der bümpel tempel das ist noch mal vor ist und da bleibt noch einmal so eine sekunde stehen zu früh da war rutschig der teil hat jemand eingeölt er will mich eigentlich verarschen ich bin doch gerade der Exel gegangen ich glaube du bist wirklich verarscht vor dem Spiel Wut mach mal Alter lass mich checken, weint ja sie ist kaputt jetzt habe ich sie kaputt gemacht so kann man zirkutatieren ja hörst du mich im hinteren den nomen sich jetzt einfach von hinten jetzt nicht sie sind an die geschlechtzeit hier und jetzt ja ich bin mir von mir 4344 39 nein nein 18 23 groß neu ist da oder muss unter das ist endlich entsteht endlich haben wir mal spaß habe ich noch nie verstanden nicht eine ganze generation von kindern schreibt jetzt endlich mit enden ich hoffe er ist jetzt glücklich noch mal machen ich glaube nicht das war dann abschließend dazu bekommen naja muss getroffen ja jetzt hat jetzt überhaupt erzählt muss die bursche besuchen okay das heißt knapp ich weiß nicht wie viele minuten schon war die minuten haben eigentlich 28 das wollte ich mich geht weg ihr wahnsinnigen biebein und hamsterrädern aus wie hamsterräder sind aus wie so dampfalzen vor sich haben das sind hamsterräder für mich sind der hamsterräder sind antike hamsterräder ja 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 da gab es schon in der antike bei den griechen ich wusste es ja ich wusste dass wir was verpasst haben ja egal aber wir sprechen jetzt mal und dann werden wir auf screen natürlich noch eben die bonuslevel holen und dann geht es im nächsten fall weiter er hat ihn auf dich geschossen wieder bis dann schau bye-bye